Die Haaggasse. Obwohl die Gasse nur eine Länge von einem Viertelkilometer hat, finden sich in ihr zahlreiche sehenswerte Fachwerkhäuser. Die Gasse ist bekannt für die gemütlichen Weinlokale wie den Ratskeller, das Meierhöfle oder den alten Simpel. Im Haus Nr. 15 verbrachte der schwäbische Dichter Wilhelm Hauf seine Kindheit und wohnte hier während seiner Tübinger Studienjahre zwischen 1821 und 1824. Nicht übersehen sollte man die Gedenktafel an der Ecke Haaggasse und Kapitänsweg. Sie erinnert an Regina Burkhard Bardili, die schwäbische Geistesmutter. Sie wohnte bis 1669 in diesem Haus. Regina war verheiratet mit dem Stuttgarter Theologen Karl Bardili. Aus der Ehe gingen elf Kinder hervor, von denen immerhin acht ein ansehnliches Alter erreichten. Dies war für die damalige Zeit eher eine Seltenheit. Den Ehrentitel Schwäbische Geistesmutter erhielt sie, weil sie die Stammmutter zahlreicher schwäbischer Dichter und Denker war, von Ludwig Uland über Wilhelm Hauf, Friedrich Hölderlin und den Philosophen Friedrich Schlegel. Ihr Bruder Andreas Burkhardt war Kanzler von Herzog Eberhard III. von Württemberg und war maßgeblich an den Verhandlungen zum Westfälischen Frieden beteiligt, also durchaus eine wichtige Persönlichkeit. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.